jetzt ist das jetzt auch viel dann spüren wir noch ein bisschen weiter hier beziehungsweise noch mal da hat er jetzt wirklich viel mich mitgenommen die sachen wollten wir behalten dann ist da jetzt noch ein begleiter ist noch ein begleiter die haben wir jetzt mitgenommen genau ach ist das doof dass du es nicht gespeichert hast das ist alles ganz verwirrend wir könnten die noch mitnehmen nehmen wir die noch mitgenommen dann hat sie es wenigstens gelohnt dass wir hier nicht dann hat sie es gelohnt dann hat sie es gelohnt achso ok ich kann nicht noch mehr gefährden mitnehmen jetzt läuft es einfach mal weg warte mal wenn ich jetzt einen los schicke so alleine so ein vampir einfach oder hier ein clan ähm trupps ihn hier mich austauschen und dann soll er alleine losziehen er löst sich ja auch ne genau und dann soll er soll er ein trupp bauen und ich gebe ihm einfach alle geister mit weil ich hole mir ja selber wieder welche und er kriegt die ganzen gefangenen mit er wird sich sowieso irgendwelche leute holen so dann kann ich doch jetzt das ich ne befehle geben ne priorität neutral ok ähm dann kann ich ihm da kann ich sie jetzt vielleicht mitnehmen da kann ich sie jetzt vielleicht mitnehmen schade das geht nicht mach nix das das sieht ja witzig aus so und jetzt können wir gleich nochmal hier rüber das ich speichern mal zauber kann man nicht lernen dann müssen wir jetzt schon rüber aus bekleidet er hat jetzt 48 leute ach der hat den rest der hat sich neu geholt jetzt kann ich ihm nicht irgendwelche befehle geben bereitet von mir davon hart captain ja ich möchte euch gerne neu auftragen ne er hat einfach 20 der hat raffiniert er hat sich im am friedhof einfach mal 20 skelette besprochen ok ja ich lass ihn mal ich lass ihn mal tun was er so tut und hol mir die geister mal schauen was er macht folgt er mir ne doch der reist auch da hin das ist jetzt auch wow der hat einfach seinen kompletten trupp aufgefüllt mit den geistern jetzt ne ne es geht mit skeletten hä das ist ja cool jetzt reist er nach waldenhof waldenhof hm ok ich sammle mal bonesdruck ein und lass ihn mal laufen und lass ihn mal laufen will ich auch naja ist ihm ab hier das ist cool dass ich meine truppen jetzt so sehen kann nicht mehr wie war das in grunäre gewonnen hast du das so mit fehlern Warte mal, mein Druck. Wie war der hier? Wie hier? Ist da Trupps? Mein Trupp? Sein Trupp? Ok, bei ihm kann ich keine Sachen zuweisen, aber bei mir Quartiermeister könnte sich jetzt sagen. Statt Baumeister, das macht glaube ich mehr Sinn. Baumeister brauchen wir gerade nicht so. Wo wandert er jetzt hin? Kasselsenkenhof. Wo ist das? Kasselsenkenhof? Ach da. Wer hat Angst hier vor den Leuten? Machen wir die kurz platt. Wir brauchen jeden Fall neue Skelette. Ich brauche mal glaube ich Kavalari. Sie kann besser machen. Ich könnte Kavalari Altmann sein und dann könnte sie hier noch ein Held sein. So. Ferienkämpfer haben wir glaube ich nicht. Passt. Die haben irgendwelche Auren jetzt diese Vampire immer. Oh er stimmt schon. Okay. Alle einfach vorhören. So die zwei vielleicht nicht. Ihr wartet mal hin. So. 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 Will die Kavalari hier nicht opfern. Wups. Ja! Victory! Ja! 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 Geleveled Ne Es wäre hier Aber hier haben wir schon geleveled Ne Hä? Wo ist der Punkt? Öhm Karrierepunkte haben wir keine? Was ist das hier? Wichtigkeitspunkt Ist das nicht von mir oder? Doch Achso Sie warte Sie Äh Das passt Medizin Eigentlich Eigentlich brauchen wir hier nichts Nichts leveln Können hier das hier mal machen Hm 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 Was So Senken Hofe Noch He A Was Oh Vielen Dank. Ich wollte gerade nur schauen, ob da noch irgendwas anderes von in der Sequenz war. So, jetzt ist er da drin und da können wir ihn jetzt aufsammeln. Wieder eingesammelt, dann können wir theoretisch nochmal hier hinten hinreißen. Wir können ihm ein Pferd geben, warte mal. Das können wir machen. Was wird das hier? Recruitieren haben wir gesagt, machen wir immer jetzt. Und dann ihn hier. So. Hm, das sieht nicht glücklich aus. Äh, ich wollte eigentlich... Irgendwie konnte man auch auf die Ausrüstung von denen zugreifen. Soll ich wieder vergessen, wie das ist? Ach, ich weiß wieder. Ich muss meine eigene. Dann könnte ich hier oben durchschalten. Jetzt kriegt er erstmal ein Pferd. Nein. So. Hat keinen Sattel, braucht da einen Sattel unbedingt. Ist das schlimm? Ah, minus 10% auf. Ja. Kann er sich selber kaufen. Dann können wir ihn nämlich auch als Extra-Trupp losschicken. so. Das war's für heute. So, sehr schön. Druck. Ein Level, so. Ich kann mal da oben hinsetzen. Fertig. Und dann machen wir gleich einen neuen Trupp hier. Mit ihm. Und dann kriegt er den Preis damit. Hier, den hier auf jeden Fall. Den nicht. Vielleicht die da? Das sind so ein paar Kamel und Rote noch. Ja. Das ist mehr als ich immer dabei hatte. Als ich angefangen habe. Damit würde er schon klarkommen, oder? Schau mal wie viele Leute ich mitnehmen kann. Das ist voll cool. So, und ich könnte jetzt in der Nacht warten. Kann ich ihm irgendwelche Befehle gehen? Schick dir meine Leute jetzt weg, dich ihm? Zwei Verwundete? Gehen die kaputt bei ihm? Warte mal, dann nehme ich die zurück. Wenn die bei ihm kaputt gehen, nehme ich die zurück. Dann kriegt er lieber noch die Skelette hier. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Vielleicht gehen die Geister, vielleicht bleiben die nur bei mir. Die drüben. Die drüben. Er verliert schon wieder Leute, oder? Warum, warum gehen die bei ihm kaputt? Das verstehe ich nicht. Vor allem, wie können Skelette verbundet sein? Was passiert da? Der verli- hä? Was macht der mit denen? Nagt der die an oder was? Äh, haben die eine zu geringe Moral bei ihnen? Ich kann jetzt auf jeden Fall nochmal einen Begeister holen. 24er. Das hat sich gelohnt. Ach, können wir nochmal leveln? Sehr schön. Was, hab ich den gesperrt? Das macht keinen Sinn. Okay. 77 Truppen. Jetzt lassen wir ihn mal... Jetzt hat er wieder 19 Leute. Aber ich weiß nicht was für welche. Ist egal. Soll er, soll er machen, wie er möchte. Und wir suchen jetzt mal unsere, unseren Rest zusammen. Was wir ja vorhin schon versucht haben. Bevor das Spiel abgestützt ist. Söldner können keine Arminen zusammenstellen. Ich müsste also Land erobern und keinen Söldner mehr zusammensteigen. Und dann könnte ich eine Arminen zusammenstellen. Oh, ein friedliches Plätzchen haben wir gefunden. Ein paar Sachen haben wir gesammelt hier. Wir hätten natürlich auch hassen können, aber es hätte keinen Sinn gemacht, weil unser Trupp ja nicht verletzt ist. Warte mal, ich würde gerne mal einmal hier unsere Ziele markieren. Und dann wäre das nicht so, ob wir es noch nicht waren. Wurden wir nach ... Na, 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 na. Na, 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 na. Ich hoffe, das ist noch richtig. Und, ne, na. Und, ne, na. Na gut, na. Na gut, na, na gut. Ich hoffe, das ist noch richtig. Sind die dann ... Na gut. Na gut, na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Monfort Genau, na dann ist das richtig So, dann reiten wir mal in die Richtung Ich halt jetzt nicht in jeder Stadt an Wir können aber so ein paar Partiten auf den Weg mitnehmen Das passt, das passt Ups Irgendwelche Befehle brauchen wir nicht geben eigentlich Oh, ok Die greifen mit Pfeilen an Dann Gruppe 2 Greif die Zweite Plan Gruppe 1 Greif die Infernte hier Ich beschwöre ein paar Leute noch hierher Ich bin echtes Ich bin echtes Ich bin echtes Was ist hier? Geh vorne! Das hier, das hier und das hier und das hier wo hin? Für dich! Ich bin schon wieder 71.000. Also ich glaube mit Geld müssen wir uns gerade nicht... Ich drücke mal B wegen dem anderen Spiel. Mit Geld müssen wir uns gerade nicht kümmern. Da wollte ich auch nicht. Ach komm. Das war ein drückes Spiel. Party. So, wenn wir die Geister alle halbwegs durchleveln können. Dann wird das richtig gut. Dann haben wir auch richtig viele Reiter. Ich folge mal der Straße hier. Versteck, ach das war... ... 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 Soll einfach die Bumschutzplatte Die Bumschutzplatte Die Bumschutzplatte Die Bumschutzplatte Die Bumschutzplatte Ich schwör mir die denn auf Die Bumschutzplatte Die Bumschutzplatte Der Bumschutzplatte Zehn es bis hin Ich bin schon mal an der Wege 20 Truppen. Jawohl, so hab ich mir das vorgestellt. Zack, zack. Und so schnell hat man wieder eine Armee beisammen. Sehr schön. So, kann ich hier gleich leveln, ja. Ähm, so. Fertig. So, aber ich muss gleich mal... Oh, ich muss unbedingt weg. Hi. Sorry, Pinkel. Bin wieder? Äh, ne. Ich komm wahrscheinlich nicht wieder. Äh, danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.